Ausgangspunkt ist eine Meldung vom Januar 2021, die für Aufsehen gesorgt hat. Das Land Niedersachsen startete seine Impfkampagne und verschickte dabei Briefe an Ü80-Jährige. Die Daten der Post waren allerdings unvollständig, sodass das Alter anhand einiger Kriterien geschätzt werden musste. Und eins davon war offenbar auch der Vorname. Eine absurde Geschichte, denn natürlich ist der Name einer Person kein genaues Kriterium für ihr Alter. Trotzdem ist natürlich richtig, dass sich die Vornamensgebung in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. Hier sehen wir die 20 beliebtesten Namen der Jahrgänge 1970 und 2020. Wenig überraschend, es gibt keine einzige Übereinstimmung. Aber woran genau kann man das festmachen? Also worin unterscheiden sich die Namen sprachlich? In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Mädchennamen. Und wir schauen uns nur die konsonantischen Veränderungen an. Die Vokale lassen wir jetzt also außen vor. Schauen wir uns erstmal die 2020er-Liste genauer an. Welche Konsonanten tauchen da häufig auf und welche weniger häufig? Ich habe einfach mal gezählt. Der mit Abstand beliebteste Konsonant ist L. Es kommt in zwölf der zwanzig Namen vor. An zweiter Stelle steht M. Diese beiden Konsonanten kommen häufiger vor als alle anderen Konsonanten zusammen. Auffällig ist auch die Abwesenheit von ansonsten recht häufig vorkommenden Konsonanten wie P, B und G. Nun ist natürlich interessant, sich die Gemeinsamkeiten der häufig auftauchenden Konsonanten anzuschauen. Denn L, M, N und R zählen zu den sogenannten Sonoranten, während die anderen Konsonanten als Obstruenten bezeichnet werden. Was heißt das aber genau? Mit der Unterscheidung zwischen Obstruenten und Sonoranten werden die Laute, bei denen der Luftstrom ein Hemmnis überwinden muss, also die Frikative, Plosive und Afrikaten, von den Vokalen, Nasalen, Lateralen und Vibranten abgegrenzt, bei denen das nicht der Fall ist. Obstruenten und Sonoranten sind also Oberbegriffe für Artikulationsarten von Konsonanten. Die Obstruenten setzen sich zusammen aus den Plosiven, Frikativen und Afrikaten. Plosive sind Verschlusslaute, bei denen der Luftstrom an einer Stelle blockiert wird und dann sozusagen explosionsartig wieder geöffnet. P, B, T. Ich kann sie nicht über eine längere Zeit halten. Zu den Plosiven habe ich schon mal ein Video gemacht. Frikative sind Reibe-Laute, das heißt wir bilden irgendwo eine Engstelle und lassen dann dort die Luft durch. Davon haben wir sehr viele im Deutschen. Im Gegensatz zu den Plosiven kann ich sie so lange halten, wie ich eben Luft habe. F, und so weiter. Die Afrikaten sind Kombinationen aus Plosiven und Frikativen, die wir allerdings als ein Laut ansehen. Die Sonoranten bestehen aus den Nasalen und den Liquiden. Bei den Nasalen wird, wie der Name schon sagt, die Luft über die Nase geleitet. Dementsprechend können wir Nasale, wenn wir erkältet sind, nicht so gut artikulieren. Wenn wir uns die Nase zuhalten, bereitet uns ein Wort wie Hallo, keine Probleme, weil hier kein Nasal drin steckt. Aber bei einem Wort wie Narbe ist es anders. Hier stecken Nasale drin, deshalb hört es sich komisch an. Zum anderen wären da die liquide, Fließlaute. Dazu gehört der Lateral, der Seitenlaut L. Die Zunge liegt hier am Zahndamm und die Luft kann seitlich ausströmen. Bei den verschiedenen R-Lauten wird das Zäpfchen oder die Zunge in Schwingung gesetzt. Es sind wie Branden. Jetzt aber zurück zu den Namen. Vergleichen wir jetzt mal 1970 und 2020. Auch 1970 haben wir viele Sonoranten, insbesondere N ist häufig. Hier ist aber auch die Gesamtzahl an Konsonanten höher, fast doppelt so hoch wie 2020, weil hier noch mehr Konsonanten-Cluster bestehen, also Silben mit direkt aufeinanderfolgenden Konsonanten. Bei den 2020er-Namen finden wir da kaum welche. Nur Clara und Frieda haben da im Anlaut zwei aufeinanderfolgende Konsonanten. Die Obstruenten waren 1970 noch sehr zahlreich vorhanden, insbesondere die Plosive, vor allem in Form von K und T, wie in Petra, Birgit oder Katja. In den 2020er-Namen sind die Plosive wie gesagt fast gar nicht vorhanden. Hier hat also ein starker Wandel stattgefunden. Hier wird dies grafisch veranschaulicht. Wir können sehen, wie der Anteil an Sonoranten in den 90er-Jahren stark angestiegen ist. Auch bei den Jungen übrigens, wenn auch nicht ganz so stark. Parallel dazu, das zeigt diese Grafik, ist der Anteil der Obstruenten stark gesunken, bei den Mädchen noch deutlich mehr als bei den Jungen. Die weichen Sonoranten wurden also den als hart geltenden Obstruenten vorgezogen. Mit Sonorität ist hier allerdings auch eine Abnahme der stimmlosen und eine Zunahme der stimmhaften Konsonanten gemeint, worauf ich jetzt aber nicht weiter eingehe. Klar, die lautliche Ebene bzw. der Wohlklang ist jetzt nicht immer allein entscheidend bei der Wahl des Vornamens, aber ich denke, dass man bei den beliebtesten Namen schon ganz klar einen Zusammenhang sehen kann. Zum Schluss spannen wir jetzt nochmal den Bogen zurück zum Anfang, nämlich mit einem Phänomen, das mir auf Twitter aufgefallen ist. Würde gern was Lustiges twittern, aber dann kommt wieder irgendein Uwe und erklärt mir meinen eigenen Witz. Statt einfach älterer Mann oder sowas zu sagen, wird hier ein Name herausgesucht, der diese Personengruppe und ihr nerviges Verhalten repräsentieren soll. Genauso auch hier, irgend so ein Helmut. Hier wurde mit Jonas ein jüngerer Name herausgesucht. Der Name ist also ein Vertreter für Geschlecht und Alter bzw. Generation. Insbesondere in Pluralformen wie hier Joachims und Monikas wird deutlich, dass die Namen hier funktional keine Eigennamen mehr sind, sondern Gattungsnamen, Appellativa. Das sind natürlich Gelegenheitsbildungen. Solche Deonymisierungen kommen aber durchaus vor. Typisches Beispiel ist Cäsar zu Kaiser. Aber auch der Rüpel hat sich aus dem althochdeutschen Rupilo, die Diminutivform von Ruprecht, entwickelt. Und auch heute ist es ja so, dass Namen wie Horst oder auch Otto Beleidigungen sein können. Spezifischer wird es bei Wortbildungen. Da gibt es viele Beispiele. Auch dafür haben wir eine schöne Gelegenheitsbildung bei Twitter, nämlich die Baumarkt-Uwes. Ich denke, all diese Beispiele zeigen, dass man aus Vornamen eben doch auch Schlüsse ziehen kann. Einen 20-jährigen Helmut findet man halt eher selten, genauso einen 80-jährigen Jonas. Aber es sind halt keine eindeutigen Schlüsse. Deshalb bleibt es natürlich trotzdem schwierig, das Alter anhand des Vornamens zu schätzen. Wir können aber kreativ mit Namen umgehen. Hier und in den anderen Twitter-Beispielen ist es natürlich humoristisch und meiner Ansicht nach auch völlig unproblematisch. Auch wenn ich jetzt persönlich keine sieben Apfelsorten aufzählen kann. Trotzdem ist natürlich Diskriminierung aufgrund des Namens ein großes Problem, wenn etwa Personen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche benachteiligt werden. Ich würde mich jedenfalls nicht nur über Daumen nach oben von Helmuts, Jonassen und Baumarkt-Uwes freuen, sondern auch von Lisas, Benjamins, Memets, Vanessas, Paolas, Henriks, Samiras, Ulrikes und Andersnamigen. Egal welchen Alters.